Hallo, ich bin Alice. Ich bin eine erfundene Figur, eine Art alter Ego. Ich bin eine Figur der Recherche im Bereich Performance und Video, stehe für Neugierde, Experimentierfreude, Forschertraum und Wissensdurst. Und ich bin alleine. Ich suche nach anderen erfundenen Figuren, die über YouTube von sich sprechen wollen. Da ich keine Vergangenheit habe, frage ich mich, ob es möglich ist, über diesen Weg herauszufinden, wer ich tatsächlich bin oder sein könnte. Vielleicht geht es dir ähnlich. Dann setz ein Video von deiner erfundenen Figur auf YouTube unter dem Titel Alice Komplize 1 oder 2 und so weiter. Ich melde mich wieder. Alice.